Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mega Man 4 mit Eddie Winkelmann, das bin ich und ja, so sieht's aus, Freunde, wir machen weiter hier in der Skullman Stage. Ich habe öfters erwähnt, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, aber ja, ich habe in meinen YouTube-Videos im Letzten, habe ich ähm, Skaldman beschrieben, das ist mein Fehler. Und ja, ich bitte um Verzeihung. Ja. Und, oh, boom. So, was haben wir hier? Was gibt's Neues? Ein Energietank. Wie geil. Was war hier noch mal? Ah, ja, stimmt. Ja, ja, ja. Ich weiß, was kommt man da mit Rush hin? Hab ich das schon mal ausprobiert? Nein. Ah, ja, 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 ja. Ein Leben. Hey. Da läuft Blumenthorn richtig gut. Einen Moment grad, einen ganz kleinen Moment Ich muss mal ganz kurz nur die Aufnahme überprüfen, ob ich am Aufnehmen bin Ja, ich bin am Aufnehmen Drecksack, Drecksack Ich hätte diesen Energietang gerne Elf sagt Oh Gott Oh Gott Nevermind Okay, nochmal Zack Siegt Zack Siegt Ich hol Zu Sicherheit, du Arsch Obwohl man Da Das gibt's doch nicht Ich komm nicht über die Mücke drüber Boah, du bist verarschen Oh Gott, das ist ja Peinlich Ich komm da net drüber Das gibt's doch nicht Letztes Leben Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Das ist doch nicht wahr Oh, Leck Das ist auch nicht gerade lustig Und zack Da ich die Toads einfach nicht mag Höre ich das draus Das ist Skullman Komm, geh weg Der K... Oh, das ist unfair Aber es bringt was Das bringt was Obwohl ich es verdammt unfair finde Dass der quer schießen kann Das finde ich echt unfair Das ist nicht nett Ich hätte vielleicht Ähm Oh, wie habe ich Ich hasse die Teile Ich hätte vielleicht Einen Energietang ersetzen können Ich habe ja genug Und top Ja Also wir benutzen mir das Und ähm Was ich danach benutze Und wo Ich überhaupt hingehe Weiß ich noch nicht I don't like you Ja Aber die Musik finde ich geil Finde ich echt geil Okay Okay Pinky Ist auch nur Scheiße Abteil Okay Letzter Energietang War gut Und Nein Und Rush Coil I don't care anymore Ja Ja Heute haben wir Sonntag Ist ein schöner Tag Für Sport Begeisterte Fans Ähm Wir sind nur wenige 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 Was sind wir Wenige Minuten Nach dem Formel 1 Rennen In Shanghai Wir haben uns jetzt 11 Uhr Und Geschafft Oh mein Gott Und den Vergess ich Den hab ich Den vergess ich einfach Ich weiß nicht wieso Also Ich weiß nicht wieso Wow 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 Was ist das Geh weg Oh Mann Das geht Das geht Ich bin doof Das war echt Ähm Unglaublich Stämlich Von mir Und Und ja Also ähm Ich spekuliere einfach mal Dass es noch einen Rush Jet geben wird Ähm Sodass ich Diesen Energietank auch gleich Ich steuhe das ist ja War so klar Sodass ich diesen Energietank Gleicher bekommen kann Aber jetzt erstmal Nein Ich hasse es Ich hasse es Natürlich Ich bin total unkonzentriert Das ist unglaublich Ich habe Leben bekommen Hey Diesmal nicht Und Ein Moment gerade Ich muss nochmal ganz kurz Auf die Aufnahme Oh okay Alles in Ordnung Oh So Und zack Und zack Ah wir haben noch genug Zeit Ähm Kann schon mal versuchen Ja Ich bin bereit Spring So Ähm Ein Energietank Das Und zack Und zack Und ich hab's geschafft Ah schnell auf die Aufnahme gucken Und ich habe noch ein bisschen Zeit Um es zu verabschieden Das war die ähm Skyman Stage Nicht Skeletman Sondern die Skyman Stage Ähm Ja Wir haben Skyman besiegt You got Skybarrier Wahrscheinlich diese Barriere Und ja Ich bin Eddie Winkmann Das ist Mega Man 4 Und wo wir das nächste Mal hingehen Seht ihr dann Bis dahin Ciao Ciao Schnell Warte Äh Aufnahme Ja Ciao